So, wir sind jetzt live. Oh mein Gott! So, als Anna erstet. Eine neue Welt. Eine neue Welt erstellen. Wir nennen die Welt Banane 1. Somit kann ich euch noch nicht bescheißen mit der Welt. Schwierigkeitsgrad gehen wir auf einfach, normal, schwer. Wir gehen auf normal. So, wir gehen aber in Hardcore. Hardcore ist schwer. Okay. Also, erstmal schön, dass ihr da seid. Mach erstmal hier weiter. Gleich vorweg. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video jetzt hier tatsächlich gehen wird. Aus dem einfachen Grunde, ihr seht es selber, es ist Banane 1 im Hardcore Modus. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt mal eine, nicht Let's Play, sondern eine Let's Fail Reihe. Bei Let's Play macht jeder. Warum schmeißt du meine Jacke jetzt auf den Boden? Mann! Hört doch mal auf! So, also. Wie gesagt, ich mache jetzt eine Let's Fail Reihe. Ey Jacke. So. Und die Let's Fail Reihe wird natürlich so sein, dass ich mich darauf spezialisiere, absolut zu failen. Nein, ich versuche tatsächlich nicht zu sterben, weil wenn ja, ist doof, dann ist halt einfach alles weg. Ähm, das Ding ist auch, dass ich jetzt seit ein paar Monaten endlich wieder Minecraft spielen kann. Ähm, ich habe das letzte Mal aktiv Minecraft Vanilla gespielt, als die Esel und Hasen rauskamen. Ähm, das, wir sind jetzt bei 2020, ich glaube, das ist schon gefühlt 1000 Patches her. Und jetzt will ich einfach mal eine Hardcore Welt starten, mal gucken, was passiert. Mal gucken, wie lange diese Let's Play Reihe geht. Ich hoffe nicht, dass nach der ersten Folge schon vorbei ist. Ähm, habe jetzt eine sehr lange Zeit Minecraft Hypixel gespielt, spiele es auch immer noch, weil es sehr viel Spaß macht. Ähm, aber bin halt mal jetzt übelst gespannt, wie das jetzt hier läuft mit Vanilla. Ja, aber zuallererst müssen wir mal gucken, wo wir sind. So, bau mal weiter ab. Ich würde mir tatsächlich irgendwo ein NPC-Dom suchen. Und würde dann mal gucken, dass wir relativ zügig, ähm, ich muss aufhören M zu sagen, das ist meine erste relativ geplante Let's Play Reihe jetzt. Ich bin aufgrund meiner eigenen Faulheit nie dazu gekommen, großartig viele Videos zu produzieren. Weil, sind wir ehrlich, ich bin wirklich faul. So. Als allererst. Ach. Denken, das ist ja einfach wirklich. So. Dipp, 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 dipp. Ich stelle den mal daneben. Mach mal dit. Mach mal dit. Zack. Dann haben wir das erste schon mal. Upsala. Haben jetzt schon mal ne Hacker. Und haben jetzt auch ein Schwert. Ich glaub, die Sachen werden nicht länger halten, ne? So. Wir holen uns jetzt erstes mal drei Schäfchen, damit wir erstmal Wolle haben. Beziehungsweise ein Schaf reicht. Aber war es nicht so, dass die bei Schwert zurück angreifen, die Tiere? So. Eine Wolle haben wir. Hier ist ein anderer Spielmodus, wo die zurück angreifen. Ich glaub, das war irgendwas mit Mods. So. Erstmal das dritte Schäfchen holen. Stirb. Danke. So. Dreimal Wolle haben wir bekommen. Damit können wir uns jetzt schonmal ein Bed craften. Wir suchen aber dennoch weiter erstmal ein NPC drauf. Oh Gott. Ein Kreuz auf dem Boden. Oh. Hier ist sogar ein Babyschäfchen. Okay. Ehrlich gesagt. Nicht davon aus, dass diese Let's Play Reihe sehr lange gehen wird. Oh. Wölfe. Ich darf mich bloß nicht angreifen. So. Das hätten wir auch schonmal. Ähm. Genau. Wie gesagt. Wir brauchen Wolle. Ach Wolle. Mann. Ben. Wolle. Wir brauchen. Ähm. Wir brauchen nicht. Aber wäre schön mit einem NPC drauf. Hier sind Bean. Let's Bean. Eigentlich war geplant so ein Video zu machen wie 100 Tage Minecraft Hardcore. Ich bin aber ehrlich. Ich kriege glaube ich nicht mal 10 Tage Minecraft Hardcore hin. Hier ist auf jeden Fall schonmal Wasser. So. gut. Gut. Ja. Wir müssen echt anfangen jetzt hier. Weizen. Sehr gut. Mal langsam so den Weg zu finden wo wir uns niederlassen wollen. damit wir auch. Wir haben gleich schon nichts mehr zu essen ne. Es ist das erste mal dass ich tatsächlich Minecraft so spiele wie jetzt. Sonst spiele ich halt immer ähm normal und äh das normale. nicht so wirklich mit großartig hier wir klatschen alle drum und wollen mal jetzt hier richtig auf die Kacke hauen. Ja. Weil kann ich nämlich nicht. Ich bin so unheimlich schlecht in Minecraft PvP ne. Also auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich nur minus 14. Und das ist noch echt nett. Ja das hier nirgendwo ein NPC drauf ist. Könnte mich natürlich auf ein Böckchen setzen und hin und her schuppern ne. Da hab ich auch nicht so großartig Bock drauf. Und ich werde jetzt auch so lange laufen bis ich ein NPC drauf bin. Ich werde zwar zwischendurch mich pennen legen. Trotzdem ist der Plan erst halt zu machen oder beziehungsweise erst sich niederzulassen wenn wir ein NPC drauf gefunden haben. Ich werde jetzt fragen. Wie lange wird das dauern? 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 Ich weiß das nehme ich nicht. Aber mit NPCs kann man auch traden und die haben immer Essen. Somit können wir uns schon mal die erste Schwierigkeit ein bisschen erleichtern. das jetzt hier kein dorf finden aber bis jetzt gefällt mir die mecke extrem cool extrem gut extrem gut Oh, Lava, Fire, 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 Schnee, Berge, noch mehr Berge und Schnee, oh, ich hab das erste anderthalb Herzen verloren, ojojojojoj. Kriegt die Herzen jetzt eigentlich wieder, oder nicht? Keine Ahnung. Da sind voll viele Tiere. Das ist normal mittlerweile. Ja genau, oh, super close. Hä. 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 nicht finde, was ich brauche. Ich dachte, ich kann die erste Folge, wer sucht, der findet, nennt. Dabei renne ich doch schon, ähnlich gesagt. Nur stumpf in eine Richtung. Nur stumpf in eine Richtung. Wende ich einfach so. Stumpf. In eine Richtung. Fichtung. Verwundert mich jetzt echt ein bisschen. Das war ein schöner Fichten. Holz, Baum, Stamm, Wald, hier Bürger, wie auch immer man das titulieren mag. Nervt aber trotzdem schon mal ziemlich hart, dass ich ne Stritten werde. Nicht unter ihn. Hier kann ich hoch hüpfen. Das ist nicht Tanne. Nein, das ist da. Ich brauche das Fichte. Fichte, Fichte, Fichte. Gib mir Fichtenholz. Ich brauche Fichtenholz. Einfach nur Fichte. Sonst hast du die Blätter kaputt. Gib mir sie. Gib mir sie. Gib mir sie. Gib mir sie. noch mal einen Fichte. Mir einfach keine Fichte droppen lässt. Richtig ehrenlos. Wenn wir noch mal den nächsten Baum. Da ist ne Fichte, ne Fichte, 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 da müssen wir gleich gucken, dass ich... Die erste Kohle haben wir schon, gleich unser Bett aufbauen, ansonsten dürfen wir das Bett doch nicht zu spät hinstellen, das wäre natürlich richtig unangenehm, bauen wir es mal als erstes direkt, so, dann haben wir uns einheitlich getroffen, und schlafen, nice, 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 so, bauen wir wieder ab, So, nehmen wir mal noch ein bisschen Steine mit, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neuner, 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 neuner 1, 2, 3, 4. Kohle haben wir jetzt 17, sollte ja auch Feuer sprechen. Wir haben ein Fichtenholz-Settling. Es reicht nicht, wir bauen mir da unten jetzt ein Schiffchen und Tucker über den Ozean, bis ich einen scheiß NPC dort finde, man. Kann doch nicht sein, dass ich in der ersten Folge nichts finde. Wie unbefriedigt. Werden jetzt alle denken, die zugucken. So, aber, wir setzen uns jetzt mit dem Boot ins Wasser. So, warte, 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 zack. Wie war das? So, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr die erste Folge Minecraft Hardcore in Vanillamodus mit dazu geguckt habt. Ich nehme jetzt im Anschluss direkt die nächste Folge auf. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Like oder was auch immer da werdet. Lasst. Ja, moin. Lasst. Und schaut auch mal gerne auf meinen Social Media Plattformen sowie Twitch vorbei, wo ich regelmäßig streame. Bis dahin. Wie war die komische Maus schon wieder hin, Mann. Ach da ist er. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein! Auf Wiedersehen.